Hallo und willkommen zum Playoff-Playbook von Gutnext. Mein Name ist André Vogt und das Thema heute ist LaMarcus Aldridge und wie ihn seine Trailblazers in Szene setzen. Den Anfang macht ein Spielzug, den Coach Terry Stotts wohl aus Dallas mitgebracht hat. Und zwar sehen wir, dass Aldridge einen Screen bekommt, einen Block von Wesley Matthews. Er seinerseits dann einen Block stellt für Aufbau Damien Lillard. Die Trailblazers wissen, dass Houston um jeden Preis die Penetration von Lillard verhindern will. Deswegen geht Matthews direkt raus an die Dreierlinie, um Platz zu schaffen und auch die Rockets halt in die Bedouli zu bringen, dass sie das dort verteidigen müssen. Und Aldridge, der geht dahin, wo er am liebsten ist, links im Low Post oder dort in der Mitteldistanz. Wie verteidigen die Rockets das jetzt? Seien wir ehrlich, nicht gut. Denn sie wissen nicht wirklich, wer jetzt was spielen soll. Beverly ist nicht bei Lillard am Mann. Howard, wie wir hier sehen, läuft zurück zu Aldridge, muss einen langen Weg zurücklegen. Und Harden steht irgendwo in der Mitte rum, ohne sich wirklich zu committen, entweder bei Matthews zu Haus zu helfen oder halt bei Aldridge. Das sollten sie aber tun. Sie sollten so spielen, dass Beverly vielleicht zu Matthews geht, Howard irgendwie vor Lillard bleibt und Harden zu Aldridge läuft. Aber das machen sie halt nicht. Sie stehen alle drei auf einer Linie in der Mitte. Howard hat einen extrem langen Weg und einen viel zu langen Weg. Denn Lillard weiß natürlich, wo er den Ball hinspielen will. Und spielt den Ball, na klar, zu Aldridge, der so extrem, extrem blank steht. Und dass der momentan ganz gut drauf ist, das muss ich euch nicht erzählen. Jetzt nochmal der gleiche Spielzug mit einer anderen Variante. Ja, die beiden Screens, wir das auflösen. Aber jetzt spielt es Houston ein bisschen besser. Beverly ist oben. Ja, Howard ist schon auf dem Rückweg wieder zu Aldridge, ein bisschen näher dran, weil Aldridge auch höher steht. Und Parsons, der ist dabei bei Toom. Wie gesagt, Beverly am Point Guard. Und Harden ist ganz gut abgesunken, steht in der Mitte zwischen Aldridge und dem Kollegen Robin Lopez. Doch der macht es momentan einfach richtig, richtig, richtig gut. Denn der sieht, dass er frei ist, geht ein Stück rein. Lillard sieht das auch, sieht, dass es ein hochprozentigerer Wurf ist, als der von Aldridge, zumindest in der Theorie, passt den Ball in die Mitte. Und jetzt sehen wir, keiner kann Aldridge ausblocken, weil er kein Spieler da ist. Der Weg von Howard war viel zu lang, so kriegt er seinen Offensiv-Rebound und macht den Korb rein. Ein weiteres Play aus alten Mavericks-Zeiten. Zwei Spieler, Matthews und Lopez an der Dreierlinie, wo vor allem Lopez da nichts zu suchen hat, wo das Basing auch ziemlich kaputt ist, weil beide so eng beieinander sind. Howard sieht, dass es da eigentlich nicht so gefährlich ist, sinkt in die Zone ab, solange er eben darf und stellt es da ein bisschen zu. Sehr, sehr gut. Die Hauptaktion beginnt aber auf der anderen Seite. Denn dort nutzt halt Batum diesen Block von Lillard, um die Seite zu wechseln, Verteidiger zu binden. Und Lillard läuft oben raus, um den Hand-Off zu bekommen von Aldridge. Und Hand-Off, wie gesagt, ist wie Pick-and-Roll, nur dass man es halt nicht so schnell kommen sieht. Von daher extrem gefährlich. Und jetzt kommt wieder das, was wir eben schon gesehen haben. Aldridge läuft rein in diesen extrem freien Bereich hier, links am Low-Post in der Mitteldistanz. Und erneut kein Verteidiger wirklich in der Lage, ihn da großartig zu stoppen. Und Jones, werden wir gleich sehen, der folgt natürlich dem Pass dort. Er läuft rein, um da das Loch zu stopfen bei Aldridge. Aber das ist nicht der einzige Big-Man auf dem Feld. Lopez sieht es im Hintergrund, dass er einfach reinschneiden kann. Und klar, Parsons, der kommt auch noch in die Mitte. Aber es ist im Endeffekt ein bisschen zu spät. Und es ist ein Miss-Match wieder beim Rebound. Und das darf man nicht unterschätzen, gerade bei jemandem wie Lopez, der größtenteils von Offensiv-Rebounds lebt. Also kommt der Wurf, er ist frei. Niemand blockt Lopez aus. Gibt den Ball wieder raus. Niemand fühlt sich für Aldridge zuständig. Und der swischt natürlich auch hier den Jumper. Aber dieses Play hier, das könnten einige von euch schon kennen, die selbst Basketball spielen, ist die gute alte Flex-Offense. Ja, ein System, das man stellenfalls schon an D-Jugend Leuten beibringt. Batum geht hier in die Ecke. Wir werden gleich sehen, dass, ich glaube, es ist Matthews, hier unten durchzieht. Und Lillard, der stellt einen Block nach unten für Aldridge. Ein sogenannter Pin-Down-Screen. Und Aldridge, klar, der fühlt sich auf der linken Seite wohl. Auch an einem Elbow, am High-Post. Dort kriegt er den Ball von Lopez. Nicht der einfachste Wurf der Welt, aber wenn man 2,11 Meter, 2,12 Meter groß ist und einen guten Rhythmus hat und einen guten Schuss, dann kann man ihn durchaus treffen. Das passiert natürlich auch wieder hier. Der Ball kommt drüber. Aschig ist zwar da, aber so wie Aldridge momentan drauf ist, ist das eben nicht so leicht, ihn zu verteidigen. Nächste Szene. High-Low heißt ein Pass vom High-Post zum Low-Post. Und wir sehen, Dwight Howard verteidigt es eigentlich ganz gut. Ist davor, drückt, aber Aldridge, kräftiger Spieler auch, größer auch als Dwight Howard. Das High-Low passiert. Es gibt auch keine Hilfe, weil im Endeffekt Parsons oben aufpassen muss, dass sein Mann halt den Ball nicht bekommt. Und auch Harden unten und Terrence Jones, der am Ball ist, vielleicht ein bisschen aggressiver draufgehen. Denn den Drive von Lopez kann man vielleicht noch vernachlässigen. So kommt es zum ungestörten Pass. Ja, und wie gesagt, Aldridge ist momentan nicht unbedingt schlecht drauf. Hier eine Szene, die ebenfalls wieder High-Low gespielt wird, aber in dem Fall nicht High-Post-Low-Post, sondern vorm Flügel, Batum. Aschig ist vor Aldridge, aber schaut den Raum an, der hinter Aldridge halt ist. Und dieser Raum dahinter macht den Pass um einiges leichter, auch weil Harden nicht unbedingt dadurch glänzt, dass er dort aggressiv rauf geht. Klar, Parsons, der könnte reinrennen, nicht um diesen Raum zuzustellen, aber um da zu sein, wenn Aldridge den Ball fängt. Aber er bewegt sich halt im Endeffekt gar nicht und das ist dann eine ganze Ecke zu leicht für Aldridge. Hier eine Horns-Variante, in der es wieder zu diesem Pick'n'Roll kommt. Wenn ihr seht, wieder die Rockets extrem, extrem verängstigt, dass Lilla zum Korb zieht. Sie kommen weit raus mit Aschig und auch Beverly Folk-Team. Aschig könnte eigentlich weiter hinten vielleicht warten an der Dreierlinie, um immer noch Tufühlung zu haben zu Aldridge. Hat er aber nicht. Sie gehen weit raus und ihr könnt euch fast denken, was passiert. Klar, Aldridge läuft runter, linke Seite, High-Post, bekommt den Ball und was er dann macht, also nicht den freien Wurf zu nehmen, den er eigentlich sofort nehmen könnte, sondern halt nochmal eine Pump-Fake zu bringen und dann erst gegen Aschig zu werfen, das ist entweder extrem frech oder extrem selbstbewusst. Und aushilfen kann der Dwight Howard eigentlich nicht, weil Lopez wieder unten steht, Lopez eh mit seiner Portionierung auf dem Feld, extrem wichtig. Ja, und dann nimmt halt Aldridge den Wurf am Mann und macht ihn halt auch rein. Nächste Szene sehen wir hier wieder das Pick'n'Roll. Und achtet mal drauf, wie Lilla den Block nutzt. Eigentlich im Endeffekt gar nicht. Ja, und wieder Howard steppt raus, will davor kommen, Beverly läuft wieder hinterher, die anderen Blazers alle sehr, sehr tief. Und die Penetration, die jetzt hier kommt, wird nochmal verstärkt in ihrer Wirkung. Wodurch? Dadurch, dass Lopez was ganz Interessantes macht, und zwar geht er unten vor Jones, er blockt Jones quasi hinten frei. Okay, und das öffnet einer jetzt den Weg, wenn er denn werfen wollen würde, Lillard. Macht auch Dior Lopez gefährlich und jetzt kommen wir natürlich gleich wieder auf den linken Highpost. Da rollt halt Aldridge hin. Der ist dann da so frei, weil es keine Hilfe gibt und macht einen Korbleger, auch weil Chandler Parsons verteidigt, als wäre er am Rocker Park, sind wir ehrlich. Hier wieder Penetration von Batum dieses Mal. Eigentlich müsste Jones in den Weg gehen vom Franzosen. Lopez kann man da oben eigentlich stehen lassen, aber irgendwie die Rockets Defense nicht wirklich richtig gut. Denn Howard, der sollte eigentlich bei Aldridge bleiben, aber bei dem Drive, alle gehen da irgendwie dahin. Er faked, nimmt den Wurf, aber wenn ihr noch hingeguckt habt, da war gerade eine Szene, was macht eigentlich Patrick Beverly da? Er geht raus, den Wurf täuschen, geht weg vom Ball und deckt einen Mann in der Ecke, der eigentlich den Ball nicht bekommen würde wahrscheinlich und wurft. Schwer zu verstehen. Nächste Szene, auch ein Play, unfassbar toll kreiert, weil wir sehen hier wieder ein Pick'n'Roll, wo Aldridge den Mann gar nicht trifft. Warum? Weil er wieder schnell auf die andere Seite will, abrollen will. Und Howard wieder steppt da raus, Beverly ist wieder dahinter. Wenn ihr aber mal guckt, wie dieses Play aussieht, wenn der schwarze Bildschirm da weggeht, dann seht ihr, dass Aldridge gleich, der auch gar nicht, wie gesagt, gar nicht Beverly treffen will, sondern schnell wie möglich auf den linken Highpost geht, dass vielleicht der einzige ist, der auf der linken Seite ist. Denn Lopez läuft auch nach rechts. Also wir haben vier Spieler, der Trailblazers rechts und nur Aldridge links. Und dass Howard hier jetzt raussteppt, ist eigentlich sinnlos, weil hinter ihm sind drei Verteidiger, die halt eigentlich relativ gut da den Raum zustellen, aber auf einmal rausgehen könnten, wenn halt Lillard wirklich wirft. Er geht aber trotzdem raus, anstatt hier diesen Weg zu laufen, halt zu Aldridge. Und die Folge ist, dass Aldridge frei ist. Die rotieren noch ganz gut, ja, Jones raus, haut hinterher, aber ist einfach zu spät gegen jemanden, der so heiß ist wie LeMarcus Aldridge. Hier eine ganz ähnliche Szene nochmal. Wir haben wieder Penetration. Eigentlich ist es sogar ein Broken Play, weil der Ball schlecht gepasst wird, muss nochmal Dribbling Aldridge. Nächste Szene hier, ja, wieder Pick'n'Roll, wieder wird extrem hart am Ball verteidigt, wieder gehen alle Augen nur auf Lillard. Und der schlägt sogar in diesem Fall jetzt hier dieses Doppelteam, diesen Blitz, wir haben es ja in der Miami-Defense im Playbox schon gesehen. Und sobald der Ball natürlich Richtung Zone geht, ist höchster Alarm. Und dann ist eigentlich das Kind auch schon im Brunnen gefallen. Ja, Harden läuft da hin, Parsons läuft da hin, Howard läuft natürlich hinterher. Aber einer macht es ganz richtig und das ist in dem Fall Jeremy Lin, denn der steht bei LeMarcus Aldridge schon, macht ihn da zumindest halbwegs dicht. Und man sollte jetzt eigentlich erwarten, dass er vor ihn tritt, das Anspiel schwer macht oder unmöglich und vor allem ihn auch ausblockt, wenn er dann zum Offensiv rebound will. Denn klar, der Drive passiert jetzt gleich und beide helfen aus, aber auch Howard läuft hinterher, auch Beverly läuft hinterher. Und Lin sieht das wohl und geht deswegen weg von Aldridge, stellt sich hier in die Mitteldistanz, um den Pass wahrscheinlich raus zu Matthews verteidigen zu können, vielleicht sogar zu Batoum, wenn der reintritt. Aber am Ende des Tages genau das Falsche, denn Aldridge läuft wieder mal komplett frei rein und kriegt den Offensiv Rebound. Und auch da seht ihr, dass diese Plays von Terry Stotts von vorne bis hinten durchdesignt sind. Er denkt sogar auch an den Offensiv Rebound. Abschließend noch ein paar Szenen von Aldridge, die einfach zeigen, wie heiß dieser Mann gerade ist. Gegen solche Post-Ups, Dribblings rein in den Gegenspieler, Schritt zurück, so unter Step-Back, den Wurf am Seven-Footer nehmen, im Zurückfallen, alles drin aus der Mitteldistanz. Das ist Wahnsinn und das ist momentan einfach auch die Qualität, die der Markus Aldridge hat. Muss gespannt sein, ob die jetzt immer so fallen, die Würfe, aber die Plays, die auf jeden Fall passen wie angegossen. Die Verteidigung der Rockets einfach nicht auf dem Level und wenn man so einen Wurf wie eben trifft, dann kann man auch feiern, wie dieser einsame Portland-Fan im Roten Meer von Houston. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse habt am Podcast von Gut Next, den gibt es bei www.dreimeter5.de. Wenn ihr was lesen wollt, Planet Basketball, das Buch, das Janni und Ronny Mündig geschrieben haben über die letzten 30 Jahre in der NBA, die größten Stars, die größten Sorgenkinder. Unsere Geschichten von über 10 Jahren mittlerweile sogar, reisend zur NBA, journalistische Arbeit in der NBA. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge vom Playoff Playbook. Bis zum nächsten Mal.